So, Leute! Willkommen zurück zu Pokémon Crystal! Ähm... Ich hab gehört, dass sich ein Team aus Lander tat. Ja, Rainboy ist jetzt ein SMEDBOO! Pancake hat das womöglich ein Felino. Ja, das hat mir gespoilert, dass hier ein Pokémon gefangen hat. Und ich hab sofort gesagt, dass es ein Felino sein wird, weil... Wegen dem Tunnel, da geht's viele Felsen-Pokémon... Helden-Gesteins-Pokémon... Und ja... SMEDBOO! Das hat ja Vampir-Zähne! Geil! Und das kann auch Herdner... Das erinnert mich immer wieder an das... ...Safkorn namens Penis mit Herdner. Ja... Arrows Lander 12, Eagle Lander 14... Damit steht's an mit Entwicklung 2 zu 1 für mich... ...und erkläre wohl, dass ich den Typen hier anspreche, aber das mach ich nicht... ...weil Al Capodors! Das mach ich nicht, okay, so. Du kommst dran. Ja? Geduld, die Voraussetzung für das Angeln unter Pokémon ist dieselbe. Okay... Gut, dann ich dann du. Hä? Angeln ist eine Leidenschaft für das ganze Leben. Sie sind Pokémon-Kameraden fürs Leben. Angeln junge Leute heute nicht mehr. Ich sah da deine Pokémon als ich geangelt habe. Eine Jungs-Spunde mögt das, oder? Tausch mit Telefonnummern. Ich lass dich wissen, wenn ich dich jetzt entdecke, okay. Angelo oder Angelo. Okay... Jo, ich rufe dich an, Mann. Keine Panic, Mann. Okay. Apropos Pokémon, ich will mal schauen, ob der Bug funktioniert oder der Glitch. Nee, der Glitch funktioniert nicht, weil... Ich wollte einige Leute fragen. Ich habe mal Pokémon Vortex gespielt. Ich weiß nicht, wie es hieß, glaube ich. Pokémon Opal. Im Gras findest du so viele Dinge. Okay. Der verkauft eine Flaggenroute, die will ich nicht. Die will kein Mensch. Äh... Ja... Ich glaube, ich gehe nach Azalea. So. Ab. Kurzer Schnitt. Oh, Mann. Himmel muss ich mich anrufen, wenn ich meine aufnehme. Verdammt, doch mal. Okay, gehen wir mal hier. Ich meine, haben wir Schutz? Ich habe hier keinen Bock auf... Ohne X und Kleinstein. Trank, Beere, Gingif, Beere, Parale, X-Triff, Einigbeere... Schutz! Schutz! Ah! Soll es schlecht sein? Ja, ich will keine random Fights. Ja, hier waren wir definitiv noch nicht. Quizzle findet X-Angriff. Oh, yeah. Die brauchen wir so oder so nicht. Okay. Äh, komm. Erst mich durch. Danke. So, bei dem müssen wir aufpassen. Der scha... Äh... Verdammt. Ja, klar! Glitch dir nach oben. Komm. Schnell... Boah, ist doch knapp. So. Gegen dich will ich aber kämpfen, Junge. Du hast Gift-Pokémon. Das weiß ich noch. Super Ball gefunden. Oh, yeah. So, du kommst mal her. Super Super Schoffe wird mein Pokémon noch immer. Das ärgert mich wirklich sehr. Tja. Dann fang dir doch einen Subat. Oh. Hat der überhaupt Smogon, Slime und so? Feuerspuker White machte Kämpfen. Smogon! 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 Oh, Level 6. Was ist mit? Was ist das süße aus? So, ich fang dir so. Ich fang dir mal die schnelle Attacken. Konfusion wird erst zweit. Das war das 70. Auf den Empfangs werde ich jene benutzen. Na, so gut. Rainbow-Konfusion! Yeah, der ganze Bildschirm oben schickt rum. Du 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 du. Endlich kann Rainbow mal ein bisschen austeilen. Oh, schon ein Expert-Boost. So, viel besser als ein Raub mit einem Smogon. Du 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 du. Und irgendwie bin ich so der Asi, der einfach eclair als Pokémon nicht trainiert. Kann das sein? Naja, ich bin jetzt Taubs im Film und nicht gerade der Burner. Okay, Taubsi? Okay, aber... Ich habe eigentlich geplant, dass ich mein eigenes Flug-Pokémon fange, aber das kommt erst viel später im Spiel. Da bin ich schon einige zusammen und... Ja, dann wird es, glaube ich, noch Taubsi das Flug-Pokémon sein. Egal. So. Ja. So, ähm... Flüssel für eine Trank. Gut. Äh... Ich denke, man in diesem Fall werde ich den Einheitsnummer ein bisschen erkunden. So. Der Kerl da oben hat einen Fleckmon. Ja, Leute. Ich weiß das alles noch. Äh... Arrow. Du kommst mal nach vorne. Weil Arrow muss auch ein bisschen leveln. So. Mit deiner ganzen Musik. Und Pokémon zu finden, wandere ich durch das Land. Suchst du auch nach Pokémon? Dann bist du mein Rivale. Jo, wenig. Er freut dich, kennenzulernen. Hat der nicht am Blick, meine Frau. Pokémon Satoru. Vielleicht man nicht wusste, dass er irgendwie kenne ich die Pokémon immer noch. Ach ja, zum genannten Pokémon Hack. Ähm... Der Pokémon Hack... Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Aber er hieß Pokémon Opal, war ein Pokémon Gold oder Silber Hack. Und fragt mich, wo ich da hinten... Wo ich denn her habe. Weil das war vor acht Jahren, als ich hier gezockt habe. Und vor neun. Und so war ich noch neun oder zehn Jahre alt. Also... Der ist schon ein bisschen älter. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt noch gibt. Ja, auf meinem PC ist er jedenfalls nicht mehr. Blöck hat man eben in die Zeit zu umstellen. Also den Tag, besser gesagt. Und er hat sich auf Freitag umgeschaltet. Weil da ist Frieda überhaupt mit Pokémon Center vom 1.0. Dabei bekommt man dann noch... Ich glaube, Giftstich bekommt man. So. Aero, los. Den Stoß. So. Flagmon tot. Flagmon! Und... Ach, fass'n Level ab. Du, 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 du. Uff, mein armes Pokémon. Yo, yo. Dein armes Pokémon. Lass mich durch. Danke. So. Treppchen runter. Oder Leiter. So. Hier gibt's ein TM. Jetzt weiß ich. TM39. Was wären wir? Pokémon dritte Generation. Aufwärts wäre es das Felsgrab. Sternschauer! Cool. Was sind denn Sternschauer? Wenn Pokémon beibringen... Ja, wer kann sich überhaupt alles lernen? Aero, Rainbow, Iglala... Ich muss mal schauen, bei Rain-Bow-Wild-Angriff hast du eigentlich? Mein kleiner Zuperschmetterling? Achtzehn? Ja, nee. Nee, das lohnt sich nicht wirklich. Schutz wirkt nicht mehr scheiße. Dann geh ich schnell aus dem Tuchel. Hab keinen Bock auf Fights. Und nehmen wir die ganze Flüchten. Ist auch scheiße, weil ich bin hier gleich draußen. Aber da unten ist noch ein Ball, den wir dich haben. Und der Typ da oben hat einen Wullpix, das weiß ich. Ich kenne irgendwie alle Pokémons, die hier vorkommen. So, äh... Weißt du was? Pancake, du kommst mal mit nach vorne. Aber du kannst dir gleich mal für ihn um... Kellen, oder? Das Wilde. Was kommt? Weißt du was? Ne, Sandal! Oh, Sandal! Ist das süß! Ich glaube, ich nehme Sandal ins Team auf. Ne, wir haben schon einen Boden-Pokémon. Kratzer! Oh nein! Du hast Pancake aufgeschlitzt, du Schlampe! Moment, du bist männlich, du Arsch! Wow! Mach ich die tierischen Schaden! Ja, komm zurück! Lass es einen Profi machen! Los, Igelaba! Pancake! Okay, komm zurück! Du bist schnutzlos! Los, Igelaba! Kratzer! Knotz! Äh, Knotz! Kratzer! So... Ich kann eben noch kein Flammerat, obwohl ich bin nicht mehr an Level aufgesteckt als ich bin. Ah, ja! Aber ich finde den Blick von Igelaba einfach cool. Ich kann nicht aufhören zu quatschen. Warum? Ich bin, glaube ich, der Spieler. So! Wow, hat eine weitere Reichweite. Mit Lichter in meiner Höhle, keine Angst sein! Bist du stark genug, Jungen, der Pokémon, keine Angst sein! Ja, der hat einen Wulpix. Ja! Wulpix ist ein cooles Pokémon, allerdings nur wenn es weiblich ist. Bei den Wifi-Fights habe ich nur ein männliches. Mann! Wulpix! Ah, ein weibliches! Du bist ein Kenner! Ich glaube, ich bin One-Hit durch Routenschlag. Okay. Ich glaube, dass Vieh keinen Routenschlag und Routenschlag gibt und Loot. Äh... Woll? Ah, ja stimmt, du bist Level 6. Habe ich vergessen. Okay, Igelaba, los! Igelaba kann mehr Schaden austeilen mit Tackle als das mit... Aquaknarrung, nur dich im Rokzuki. Das hätte ich leben, und dann können... Rokzuki! Autsch! Du machst nur 3 Schaden, du kleines Füchschen! Und... Dämsch! Ohoho! Nochmal Tackle! Ja! Und... Dämsch! Wulpix wurde besiegt! Wulpix! Pekka-Grass Level 7! Uhuhuhu! Ja, ich denke, ich hätte gegen Kleinschern gesiegen können mit Felino wegen Doppel-Schwäche gegen Wasser und so, aber ne, kein Bock! So! Aaaaaah! Komm schon, nur 3 Schritte vorm Ziel! Machen wir uns dann da an! Sandan! 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 Wieder Level 6! Level 6! Los, Pancake! Oh Gott, Flucht! Juhu, ich kann mich viel lieber flüchten, ich glaub's ja nicht! So, Route 33! Juhu, yeah! Gut, Pancake kommt zurück! Rainbow, du kommst nach vorne! Weil dich werden wir bald brauchen, weil wir oft auf... bald auf viele Gift-Pokemons treffen und nein, die Arena ist keine Gift-Arena! Gegengift-Abera erhalten! Duuuu... Duuuu... Obwohl! Ach, komm her! Ich bin durch den Tulle gegangen, aber ich habe noch viel Energie übrig! Du 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 du... Wanderer Tom möchte kämpfen! Du 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 auf Bericht und so. Na egal, wie ein Stoß. Los, bring, bring Aero auch rum. Oh nein, du wirst noch mal holo. Scheiße. Tö, ja. Ja. Wie ein Stoß. Ich hab keinen Bock auf Wau zu tauschen. So, los, mach mich fertig. Ja, Steinburg. Mach das was von vornherein, aber nee. So, damit hat ich nur zwei Pokémon verloren. Und hab noch meine zwei besten. Na ja, mein bestes sind Pancake. Oh, natürlich ist Pancake noch langsamer als ein Stein. Meine Stein sind awesome und so, aber bitte, sie sind langsam. Ach, okay, na rein, los. So, die Attacke ist sehr effektiv. Wird dir das gedacht? Und level up auf level 8. Wuhu, wie ist das weiblich eigentlich? Na egal. Eclair ist weiblich, deshalb will Lino auch weiblich. Ich bin männlich, deshalb ist man's Matt-Moment nicht. Los, mach holo. Mach schülle, mach schülle. Ach, okay, na rein. Fuß kick, oh scheiße. Au. Ja. Jetzt hab ich Angst, dass es mal noch Iglawa auch noch one-hitzen kann. Los, Iglawa, Blut. Bööö, madafaka. Äh, nicht madafaka. Du, 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 du. Ah, voll, ja, voll. Fuß kick. Daneben. Ha, ha. Let's burn us down, Junge. Iglawa. Boah. Und? Bach-Holo wurde besiegt. Yes. Und? Level 15. Wuhu. Wanderer Tom wurde besiegt. Wow, du hast mehr als Mama. Du hast mehr Mama als ich. Ja, gib mir deine Nummer. In den Bergen sind wir Wanderer, in unserem Element. Ich bin übrigens Wanderer. Auf den Bergen und den Höhlen unterwegs. Manchmal sehe ich es als Pokémon. Ich könnte dich anrufen, wenn man alles begegnet. Gibst mir deine Telefonnummer? Jo, klar. Jedes Mädchen gibt doch einem alten Mann ihre Nummer, oder? Ist doch nochmal so. Geduld. Ich fahrt. Ich fahrt. Ich fahrt. Oh, was auch immer. Nazalea City. Äh, was bist denn du bei einer? Es ist gefällig, da hineinzugehen. Deshalb stehe ich hier wache. Bin ich nicht ein barmherziger Samariter? Ja, bist du einer. Bist du mal einer. So, ich will jetzt du erstmal in den Markt. Du, 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 du. Willkommen. Du willst, holzkohle. Wer will denn, wir wollten holzkohle kaufen? Ich bin als Erstes, ein Schützer. Ja, die sind verdammt. ofere, muss ich sagen. 350. Ja, die haben viel billiger in Erinnerung. Na, ja. Kommt vielleicht dahin, dass wir kaum Geld haben. Drei Supertränke. Bali. So, jetzt muss ich aufpassen, wo ich hinlatsche. weil unser Rivale will noch fighten mit uns. Nicht gut. Guten Tag, willkommen! Wir halten deine Pokémon. Machen sie wieder fit, nur das ist ein Gratis. Dün, dün, dün! BAM, BAM, BANA, BAM! Warum immer du mein Ei heilst? Ich will erklären, dass ich darauf reagiert habe, dass ich ein Ei im Team habe. Ja, das Ei im Team, aber daraus mache ich Spielelei oder sowas. So, ich war hier nicht mal ein Apricoco... Aber hier gab's der Weiße. Hey, das ist ein Apok... Jo... Apricoco weiß ist, glaube ich, die seltenste aller. Apricocos und, glaube ich, nur hier zu erhalten und noch irgendwo, keine Ahnung. So, aber ich glaube, jetzt muss ich, um weiterzukommen, mit Kurt quatschen. Hm, wo bist du? Crystal? Was? Du willst, dass ich ein paar Welle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du das Team Rocket? Egal, ich erzähle dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor drei Jahren aufgelöst haben wegen Rot. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Routen von Fleckmon ab, um sie zu verkaufen. Ey, das ist voll brutal als in einem Pokémon-Spiel. Also werde ich Ihnen eine Lektion erzählen. Haltet durch, Fleckmon, der alte Kurt ist auf dem Weg. Auf dem Weg, auf dem Weg nach Tania City. Großfurt ist fort, ich fühle mich so einsam. Nehmen wir in der Puppe. Was soll denn das hier überhaupt sein? Schuhe? Yeah, ich darf über Schuhe. Yeah, ich kann über Schuhe laufen. Mein Gott, wie cool. Ähm, also hier kommt eben der Rivale. Willst du dich hin? Äh, jetzt muss ich... So, Rainbow ist vorne. Ich erkläre gleich mal mein Rainbow-Level. Hehehehe. Ich nutze sie aus und wird sie meinen Pokémon-Level tun. Hallo, Crystal. Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Es gibt ne Leiter. Ich bin so hart auf meinem Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Miss, wenn ich fit wäre, will meine Pokémon sie bestrafen, als ob du Pokémon hättest. Mir ist nichts zu helfen. Ja, ich weiß. Crystal, zeig Ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich. Ist du so den Fleck, Mann? Ich will dich, du alter Mann. Komm, ab ins Wasser mit dir, so. Hey Mist, ich stand da oben, woche, als ein verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hier hinuntergefallen bin. Ich glaube, ich lass meine Wut an dir aus. Sorry, aber diese Musik muss ich mitsingen, weil die ist einfach geil. Team Rocket ist die geilste Trainer-Battle, also... Nicht Trainer-Battle, sondern eher die Trainer-Anschau-Battle. Rocket drüber schickt Ratz-Fratz in den Feind. Ratz-Fratz! Uhu, los, Rainbow! Okay, Konfusion, los. Rainbow benutzt Konfusion! Und leh, wow, voll Traffer. Okay, Leute, dann beende ich meinen Part das nächste Mal bei Eclair, dann wieder bei mir. Also, bis zum nächsten Mal. Cheerio! Und den Rollen, der sie in den Pใหere. Yeah, wir sind. Das ist das ganze Mal bei Eclair, und das ist das erste Mal bei Eclair.